Du musst dich mir hier jetzt erklären, ich habe keine Ahnung. Ja, ne, okay, wir machen nochmal. Kannst du mit Druck umgehen? Kann aber auch gut Druck ausüben. Moritz, wie rum hält man den Stock? Mit einem schwarzen Muster schießen. Ich höre Moritz. Okay. Ich höre Moritz. Oder man lockt einfach gar keiner ein. Hallo liebe Sparfreunde, heute haben wir uns mal im Lager gefunden, Moritz. Es steht leider 3 zu 0 für dich, haben wir kurz mal zusammengefasst, aber heute haben wir was vor. Wir haben sieben kleine Minispiele, die machen wir dann Best of Seven, also wer zuerst vier Spiele gewonnen hat. Ich bin natürlich motiviert, sich mal zu schlagen. Ich hoffe, jetzt habe ich vielleicht mal eine Chance bei so kleineren Spielen. Gibt es noch was zu sagen von deiner Seite? Ne, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt und wir werden sehen, der Bessere wird gewinnen. So, jetzt sind wir bei der ersten Challenge Anko Moritz, ist unsere Streetskiller Basketballmaschine und ganz einfach, da läuft eine Zeit ab, die läuft dann eine Minute, die letzten 15 Sekunden zählen die Treffer dann dreifach? Dreifach, genau. Und genau, ich würde sagen Xing-Shang-Shang, wer ein Ring kann sich ausruhen? Genau. Okay, ich nehme Schere wieder, okay? Alles klar. Kannst du mit Druck umgehen? Ich kann, ja doch. Ich kann aber auch gut Druck ausüben. Dann fangst du an. Fange ich an, okay. Oh ja, da wird schon am Anfang direkt zweimal nicht getroffen, schön Ringklatscher. Ja, jetzt sieht es aber schon besser aus. Moritz Kretzer hat hier den Fokus auf den Basketballkorb getroffen. Jeder Ball geht fast rein, jetzt kommt wieder ein bisschen das Trudel rein. Und jetzt zehn Sekunden sind schon um. Jetzt zorgelt er. Jetzt wackelt er ein bisschen. Jetzt zorgelt er. 20 Punkte sind schon, 22, 24, ja. Also auch nur zwei Bälle hier, gell? Eigentlich haben wir drei Bälle dazu, aber wir dachten, wir machen mal eine Extra-Challenge und nehmen nur zwei Bälle, damit man ein bisschen langsamer und gezielter werfen muss. Moritz ist jetzt schon bei 40 Punkten. Das dauert aber auch, bis so ein Ball mal zurückkommt, muss ich jetzt mal sagen. 20 Sekunden hat Moritz noch. Sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt jetzt dreifach. Jetzt jetzt dreifach? Jetzt sind die Wichtigen. Jetzt sind die Wichtigen und Moritz macht ein nach dem anderen. Vier Sekunden noch, schon 71 Punkte, 74 Punkte und vorbei. Ah, der hat nicht mal gezählt, Gott sei Dank. War kein guter Durchgang, glaube ich. Also 74 Punkte ist schon mal eine Ansage, Moritz, ne? Ja. Ich mache eine andere Taktik. Probierer. Oh, das könnte zu langsam sein, ne? Ja, doch. Wenn die Bälle gut zurückrollen, könntest du da eine gute Möglichkeit haben. Die Trefferquote ist bisher ganz gut, aber das ist, glaube ich, zu langsam. Ja, aber bei mir war es genauso langsam. Also ich glaube, das liegt einfach an den zwei Bällen. Sieht bestimmt auch total... Sieht sehr professionell aus, wie du das. Sehr professionell aus. Ja. Ich sage, das läuft gut. Ah, das ist schwierig. Jetzt fange mal. Ne, ne, ne. Das geht schon noch, das geht schon noch, das geht schon noch. Du könntest vielleicht den Zuschauern mal sagen, wie viele Punkte... Ja, jetzt gerade sind es 36, 38 Punkte und noch 20 Sekunden. Jetzt hat er gerade einen Lauf. 40, 46. Jetzt zählt es dreifach. 12 Sekunden. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 67 Punkte. Wirklich ganz eng. Nein, ein Punkt! Ich habe mit einem Punkt gewonnen. Einer Punkt! Mit einem Punkt habe ich gewonnen. Ein Punkt. Ich gehe. Aber war sehr knapp, war sehr knapp. Ich habe mit einem Punkt verloren. Wir haben noch sechs Spiele, wir haben noch sechs Spiele. Du kannst noch alles rausholen. Ey, das gibt es nicht. Ein Punkt. Ja, manchmal ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Also 73 Punkte hatte ich und Moritz 74. Genau. Okay. 1, 2 für dich. Ab zum nächsten Challenge. Ab zum nächsten Spiel, genau. So, jetzt sind wir bei der zweiten Challenge angekommen. Bei unserer Mini-Tisch-Tennisplatte. Moritz, spielen wir öfters mal zur Pause. Im Büro, ja. Oder nach dem Feierabend im Büro bei uns. Wir können das ein bisschen. Ein bisschen, ein bisschen. Ist ausbauffähig, aber wir kriegen mal hin. Ich bin immer noch gebrochen, dass ich mich einen Punkt verloren habe. Einen Punkt an der Maschine ist für Willen. Mir tut es auch schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Genau. Wir spielen mit elf Punkten. Angaben machen wir diagonal. Genau. Jeder zwei Angaben immer. Und mit zwei Punkten unterschieden müssen wir gewinnen. Wir machen zwei Maschinen. Immer Seitenwahl, immer Bein. Okay. Scharre. Wir bleiben einfach so stehen wir mal eben. Ich mache hier, du machst da. Ich nehme Ball. Du nimmst Ball. Ich wünsche euch ein gutes Spiel. Ein gutes, faires Spiel. Gut Kick in die Runde. Ja, da kommt direkt nur so ein Netzding. 1-0. 1-0. 2-0. Ne, fängt schon mal gut an. 3-0. So, jetzt muss ich aber. Ja, du kannst doch mal die einfach mal durchlassen. 4-1. Jetzt kommt das. Sorry. Ich bin nichts anderes gewohnt von dir. Fraden gerochen. Oh ja, jetzt bin ich da. 4-3. Jawoll. 4-4. Ah, da wollte ich zu viel. 6-4. Ich glaube, man sieht, dass ich es nicht zum ersten Mal mache. Finger. Oh, sorry. Das ist auf jeden Fall einen sehr konzentrierten Eindruck, muss ich sagen. Bist sehr leise, sehr leise. Sonst sprichst du immer viel. Ja, ich bin eigentlich so emotional. Es sollte sehr leise. 7-6. Ja, siehst du. Da warst du mit drin im Kopf. 8-6. Oh, da weißt du was. Wollen wir mal Risiko gehen. Oh. Oh. 8-8. Aber gut geholt. Stark, stark. Nein. 10-8. Matchball. Matchball. Und da ist es vorbei. 2-0 für dich, Moritz. Da ist es vorbei. War eine gute Runde. War ein sehr, sehr gutes Match. Sehr, sehr gutes Match gewesen. So, 2-0. Ich würde sagen, jetzt muss ich langsam. Jetzt musst du langsam. Gut, nächste Challenge. Wir bauen wieder um. So, also jetzt sind wir bei unserem dritten Spiel. Mini-Billard haben wir quasi schon aufgebaut. Sehen wir mal, was wir draus machen. Genau. Ich würde sagen, wir schnicken wieder. Der Gewinner darf wieder aussuchen, wer anfängt. Genau, so machen wir es. Und dann legen wir los. Ich bin nicht sicher, ob der einen Vorteil hat, der anfängt. Ja, ist schwer. Okay. Danke. Komm, ich gehe Risiko. Ich fange einfach an. Okay. Ja, es ist schon sehr klein, muss ich sagen. Oder war einfach gar keiner ein. Auch gut. Ich habe jetzt so gedacht, jetzt knallt wir. Ja. Moritz, warum hält man den Stock? Mit einem schwarzen Muster schießen. Ja, ja. Einfach, ja. Kannst du reinmamsen. Ne, ich finde, wir sind schon sehr gut, würde ich sagen. Ich würde jetzt einfach mal hier reinmamsen, um das mal ein bisschen aufzulösen hier. Gut, da war eine halbe drin. Ne, eine halbe und eine volle. Halbe zuerst? Die war safe zuerst. Ja, dann nehme ich die halben. Ja, halbe hier rein. Hast du aber auch schön hingelegt jetzt schon, ne? Ne, ich gehe dann in der Weile Kaffee trinken. Jetzt wird es schon schwierig. Aber guck mal, die acht habe ich schon mal hier hingelegt. Also die könnte man eigentlich nicht mehr treffen. Außer sie reinmamsen, das ist schon mal gut. Du könntest auch ein paar bei mir einlaufen, bevor die nächste halbe. Das mache ich jetzt, glaube ich, eh gleich. Haben wir noch so ein Ding zum Verlängern unter dem Tisch jetzt? Ich glaube, du kannst nicht viel machen. Außer selber spielen reinmamsen. Ja. Zwei Halbe eingelacht. Zwei Halbe eingelacht. Ne, super. Wirklich, danke dafür. Ja. Jawohl. Eine Halbe noch und starke, sechs volle. Jetzt begebe ich zum Beispiel den Foul. Du legst sie auch so gut. Das Foul ist jetzt hier fünf Minuten Strafzeit, oder? Ja, genau. Ich muss jetzt raus. Stark. Oh, der allerbeste. Gleich die grüne gelegt. Heiß umkämpft das Spiel. Ich habe noch nie so viel Taktik beim Mini. Ich bin ja gesehen. Nein. Entschuldigung, Moritz. Ich war auf Moritz. Ich war auf Moritz. Oh, yes. Jetzt kannst du die fünf machen. Nein! Nein! Aber liegt gut. Nein! Weil ich kann nicht. Wieder die letzte. Wieder die letzte. Ich kann nicht viel machen. So sieht zumindest gut aus. Und jetzt musst du diagonal quasi. Ich habe hier meine letzte, also muss da quasi die Acht rein. Spielst du über Band einfach, ja? Ich spiele taktisch. Bist du nicht dein Arm? Ich spiele taktisch. Da muss ich meine letzte, die Acht quasi rein. Du darfst gleich hinlegen, wo du willst, oder? Willst du noch einmal anfassen, die weiße, oder? Warte. Ja. Soll ich noch ein bisschen gucken, ob die... Soll ich noch polieren, das Ding, oder? Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Du musst dich ein bisschen irritieren. Nicht nervös werden. Immer. Ich haltiere immer ganz knapp. Aber auch mit einem. Wieder nur mit einem. Du hast eine super Serie gestartet. Ja. Auch in der letzten wieder. Jetzt ist aber schon 3-0. Jetzt muss ich. Mal gucken, wie so ein nächstes Spiel aussieht. Oh, es hat irgendwie Bock gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so Bock macht, ne? Erstaunlich viel Lust gemacht. Na ja, stimmt. Okay, dann gehen wir zur nächsten Challenge. Ich würde sagen, als Anschluss lass mal das Ding... Wir lassen als Anschluss das Ding hier in der Mitte fallen, wenn man auf welcher Hälfte das geht. Nee, ich fang einfach an. Oder so. Ja, Digga, du rüttelst ja an dem Ding rum, Alter. Was? Wir haben noch eine kleine Gewinnspiel-Auflösung. Und zwar hatten wir eine Challenge, der Moritz und ich, eine Basketball-Challenge im Lager. Da hatten wir diesen Basketball-Kurb verwendet. Und wir hatten dann gebeten, eure Lieblingsmannschaft in die Kommentare zu schreiben. Und darunter haben wir einen Gewinner ausgelost. Und das ist der Löwenberg1485 geworden. Der hat die deutsche Nationalmannschaft kommentiert. Du hast gewonnen. Bitte einmal privat mit uns Kontakt aufnehmen über Instagram. Dann schicken wir dir das zu und wünsche dir dann viel Spaß damit. Und ich werde den Motor schlagen. Und ich werde den Motor schlagen.